Hast du auch noch nicht gemacht, ne? Morgens um 6 auf der Baustelle die Haare schneiden. Ne, das machen wir nicht. Heute wird ein aufregender Tag, ey, wirklich. Ich seh immer so fertig aus, das ist unglaublich. Ich seh immer so aus, das ist das fucking Problem, ernsthaft. Ich seh immer fertig aus, immer. Egal wie fit, immer. Ich seh aus wie ein Schlag mit Leberwurst auf dem Handrücken ins Gesicht. Bist du aufgeregt? Ne, du? Du bist immer aufgeregt. Jede Veranstaltung, wo wir hin müssen, bist du aufgeregt. Bist du aufgeregt? Nein. Warum? Weil ich nicht aufgeregt bin. Weil ich ne coole Socke bin. Udo, sei nochmal das Oberteil. Du hast deinen Oberteil falsch rum an. Nein, dass du hörst. Was? Komm mal her. Was willst du? Jetzt kannst du mal was lernen. Stadion fertig machen. Das ist immer was Schönes, oder nicht? Ja, das werde ich jetzt auch gleich. Und dann? Und dann werde ich mir die Eigenschaften aufnehmen. Und dann werde ich das bei uns umsetzen. Und, was machst du hier? Ja, wir und erst heute. Wer da uns so will. Ich würde hier auch gerne mal spielen. Ja, so ne Kirsche würde ich hier auf jeden Fall reinmurmeln. Ne Kirsche reinmurmeln? Ja, oben links ins Eck. Ist das Stürmer Sprache oder was? Ne, Mittelfeldsturm. Ja, Udo hat auch immer die Arschkarte. Ist im Weber Stadion und muss Rasen mähen. Mann, Mann, Mann. Das ist jetzt die selbe Geschichte wie auch in den letzten Wochen. Ich darf leider noch nicht drüber reden. Leider. Aber, ich sag dazu, bald. Wirklich bald. Es ist gut. Udo. Mofa Gang. Ja, Mofa Gang. Das ist nicht gang. Boah, was trinkt das?